In der Geschäftsstelle der Lebensräume Hoyerswerda in der Käthe-Niederkirchener-Straße in Hoyerswerda gibt es seit Donnerstag eine neue Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel Eintreten und Staunen werden Aquarelle, Collagen, Fotos, Acrylmalereien, aber auch Keramiken gezeigt. Die Werke stammen von Mitgliedern des Vereins der Freien Kulturarbeit aus dem Wittichenauer Ortsteil Maugendorf und sind noch bis Anfang Juni zu begutachten.